Heinz Hönig, ein berühmter deutscher Schauspieler, ist mit Annika verheiratet. Ihr Familienleben hat eine Besonderheit. Annika und ihre Kinder leben in einer Einzimmerwohnung. Dies ist nicht nur eine Wahl der Unterkunft, sondern spiegelt auch viele interessante und berührende Aspekte des Familienlebens Hönig wieder. Annika und Heinz Hönig lernten sich unter einzigartigen Umständen kennen und aus ihrer Liebe entwickelte sich schnell eine tiefe Beziehung. Annika, eine starke und mitfühlende Frau, beschloss, an Heinz' Seite zu bleiben und ihr Leben mit ihm zu teilen, auch wenn das bedeutete, dass sie die Nöte und Herausforderungen des Familienlebens akzeptieren musste. Die Entscheidung, in einer Einzimmerwohnung zu leben, hängt nicht nur von den finanziellen Verhältnissen ab, sondern auch von der Art und Weise, wie der Familienzusammenhalt und die Liebe aufrechterhalten werden. Die Einzimmerwohnung ist zwar klein, birgt aber viele Erinnerungen und Emotionen. Annika hat diesen kleinen Wohnraum in einen gemütlichen Ort voller Liebe und Fürsorge verwandelt. Sie ist stets bestrebt, für ihre Kinder ein positives und unterhaltsames Umfeld zu schaffen. Von der Dekoration des Zimmers mit selbst gemalten Gemälden bis hin zur Organisation von Familienaktivitäten beweist Annika, dass Liebe und Fürsorge das Wichtigste sind und alle Einschränkungen des physischen Raums überwinden. Auch die Kinder von Annika und Heinz Hönig wuchsen in einem Umfeld voller Liebe und Fürsorge auf. Obwohl sie auf begrenztem Raum leben, erhalten ihre Kinder dennoch die beste Betreuung und Bildung. Annika und Heinz versuchen immer, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen und mit ihnen Momente der Freude und des Glücks zu teilen. Sie nehmen oft gemeinsam an Familienaktivitäten teil, vom Kochen über Lesen bis hin zum gemeinsamen Spielen. Diese Erinnerungen helfen nicht nur ihren Kindern, sich umfassend zu entwickeln, sondern schaffen auch eine starke Bindung zwischen den Familienmitgliedern. Obwohl Heinz Hönig mit seiner Schauspielkarriere beschäftigt ist, nimmt er sich immer Zeit für seine Familie. Er verstand, dass die Anwesenheit und Liebe eines Vaters für die Entwicklung seiner Kinder äußerst wichtig sind. Wann immer er Freizeit hat, begleitet Heinz Annika und ihre Kinder oft zum Picknick, zum Familienfilmabend oder einfach zum gemeinsamen Plausch. Diese einfachen, aber bedeutungsvollen Momente haben in den Herzen jedes Familienmitglieds schöne und wertvolle Erinnerungen geschaffen. Annika ist nicht nur eine hingebungsvolle Ehefrau und fürsorgliche Mutter. Sie ist auch eine starke Frau, die allen Schwierigkeiten stets standhaft bleibt. Ihre Entscheidung, in einer Einzimmerwohnung zu leben, hat ihrem Optimismus und ihrer Lebensfreude keinen Abbruch getan. Im Gegenteil, das macht Annika noch belastbarer und kreativer im Umgang mit ihrer Familie. Sie findet immer Wege, gewöhnliche Dinge in etwas Besonderes und Bedeutsames zu verwandeln und ihrer Familie ein Leben voller Farbe und Freude zu bescheren. Obwohl das Leben in einer Einzimmerwohnung schwierig sein kann, ist es für Annika, Heinz und ihre Kinder ein Ort, an dem Liebe und familiäre Bindungen gepflegt werden. Sie haben bewiesen, dass Glück nicht vom Wohnraum abhängt, sondern von der Art und Weise, wie wir leben und einander lieben. Die gemeinsamen Erinnerungen, glücklichen und traurigen Momente in dieser kleinen Wohnung ließen eine Familie Hönig voller Vitalität, Wärme und Glück entstehen. In Zukunft ziehen sie vielleicht in einen großzügigeren Ort um, aber die Werte und Erinnerungen an das Leben in einer Einzimmerwohnung werden immer ein wichtiger Teil des Herzens eines jeden sein. Annika hat mit ihrer Liebe und Hingabe eine wunderbare Familie geschaffen, in der jedes Mitglied Liebe, Fürsorge und wahres Glück empfindet. Seit dem Krankenhausaufenthalt ihres Mannes Heinz Hönig hat sich das Leben von Annika Kerstin Hönig völlig verändert. Zuvor waren sie ein glückliches Paar und genossen die schönen Momente des gemeinsamen Lebens. Doch nun steht Annika vor einer völlig anderen Realität. Jeden Tag geht sie ins Krankenhaus, um ihren Mann zu besuchen, bleibt immer an seinem Bett und hofft, ihm durch diese schwierige Zeit zu helfen. Annika war mehr als nur Ehefrau, sie wurde auch die Hauptbetreuerin für Heinz. Jeden Tag hilft sie ihm beim Training, von sanften Übungen bis hin zu komplexeren Bewegungen, alles mit dem Ziel, ihm zu helfen, sich schnell zu erholen. Bei jeder Übung versuchte Annika optimistisch zu bleiben, feuerte und ermutigte Heinz und hoffte, dass ihre Ausdauer und Liebe ihm helfen würden, seine Krankheit zu überwinden. Die Tage im Krankenhausbett waren nicht einfach. Annika steht vor unzähligen Schwierigkeiten und Herausforderungen. Jedes Mal, wenn sie sah, dass Heinz Schmerzen oder Müdigkeit hatte, zog sich ihr Herz zusammen. Aber sie ließ sich nicht fallen, denn sie wusste, dass nur ihre Kraft Heinz helfen konnte, mehr Motivation im Kampf gegen die Krankheit zu finden. Annika lernte, geduldig zu sein, mit Ängsten umzugehen und vor allem, wie man bedingungslos liebt. Neben der Betreuung von Heinz muss sich Annika auch um alles in der Familie kümmern. Von der Betreuung der Kinder über die Verwaltung des Hauses bis hin zur Führung des Geschäfts lastet alles schwer auf ihren kleinen Schultern. Es gab Zeiten, in denen Annika das Gefühl hatte, zusammenbrechen zu wollen, aber dann erinnerte sie sich an Heinz und die Liebe, die sie füreinander empfanden, und das half ihr, aufzustehen und weiterzukämpfen. Jeden Abend, wenn Annika aus dem Krankenhaus nach Hause kam, saß sie oft alleine da und blickte auf die schönen Erinnerungen zwischen ihr und Heinz zurück. Bilder von gemeinsamen Lachen, lustigen Ausflügen, romantischen Momenten am Strand. All das dient als unerschöpfliche Motivationsquelle und hilft Annika, die schwierigsten Momente zu meistern. Sie hofft immer, dass sich ihr Leben eines Tages wieder normalisiert und sie wieder wie zuvor glückliche gemeinsame Momente genießen werden. Obwohl das Leben derzeit voller Schwierigkeiten und Herausforderungen ist, hat Annika die Hoffnung nie aufgegeben. Sie glaubt immer daran, dass sie Heinz mit ihrer Liebe und Beharrlichkeit helfen wird, seine Krankheit zu überwinden, und dass sie wieder zusammen sein und weiterhin schöne Erinnerungen an ihr gemeinsames Leben schreiben werden. Annika glaubt immer daran, dass Liebe alle Barrieren überwinden kann, und sie beweist es jeden Tag, jede Stunde, wenn sie immer bei Heinz ist und ständig versucht, ihr beider Glück zu erlangen. Die Tage an Heinz, Krankenbett brachten Annika viele wertvolle Lektionen. Sie lernte, jeden Moment zu schätzen, zu lieben und mehr zu teilen. Sie versteht auch, dass das Leben manchmal nicht so verläuft, wie wir es uns wünschen, aber das Wichtigste ist, dass wir niemals aufgeben und immer unser Bestes für die Menschen geben, die wir lieben. Annika Kersten Hönigs Leben hat sich seit Heinz im Krankenhaus völlig verändert, aber sie hat nie Reue oder Müdigkeit empfunden. Im Gegenteil, sie fühlt sich stärker, widerstandsfähiger und voller Liebe. Annika glaubt immer daran, dass sie Heinz mit ihrer Beharrlichkeit und Liebe dabei helfen wird, alle Schwierigkeiten zu überwinden und sie die glücklichen Momente des gemeinsamen Lebens wieder genießen werden. Heinz Hönig, der berühmte deutsche Schauspieler, liegt nach einer schweren Operation immer noch im Krankenhaus. Doch seine Frau Annika will den Glauben an das Gute nicht verlieren. Mit Belastbarkeit und starker Hoffnung versucht sie, diese schwierigen Tage zu überstehen, unterstützt von ihrer Familie und ihren Freunden. In einem aktuellen Interview mit ihrem Kollegen von der Sendung, Stern TV am Sonntag, die auf RTL Plus ausgestrahlt wird, berichtete Annika über den Zustand von Heinz und die Stimmung der Familie in dieser herausfordernden Zeit. Die Ärzte verbrachten Zeit mit Heinz, meinem Mann und dem Vater meiner Söhne, sagte sie mit entschlossener Stimme. Ja, und was wir in dieser Zeit tun, liegt ganz bei uns. Annikas Worte zeugen nicht nur von Entschlossenheit, sondern spiegeln auch einen starken Optimismus wider. Sie ist davon überzeugt, dass die Familie trotz der schwierigen Zeit, die Heinz durchmacht, diese dennoch gemeinsam überstehen kann. Annika hat stets versucht, den Glauben zu bewahren und ihren Söhnen eine Aufbruchstimmung zu vermitteln. Heinz Hönig ist als talentierter Schauspieler bekannt und blickt auf eine lange Karriere in der Unterhaltungsindustrie zurück. Seine Rollen in Filmen und Fernsehsendungen haben beim Publikum einen tiefen Eindruck hinterlassen. Allerdings war sein Leben nicht immer einfach. Die kürzliche Operation war eine große Herausforderung, aber mit der Unterstützung und Liebe seiner Familie erholt er sich langsam. Annika erzählte, dass ihre Familie immer versucht, ein positives und herzliches Umfeld aufrecht zu erhalten. Sie glauben, dass Liebe und Solidarität der Schlüssel zur Überwindung aller Schwierigkeiten sind. Unabhängig von Heinz' Gesundheitszustand stehen Annika und ihre Söhne immer an seiner Seite, feuern ihn an und ermutigen ihn. Während Heinz' Zeit im Krankenhaus lernte Annika, Beruf und Familie unter einen Wut zu bringen. Sie gibt zu, dass das nicht einfach ist, glaubt aber immer daran, dass es besser wird, wenn man es gemeinsam versucht. Annika erhielt auch viel Unterstützung von Freunden und Verwandten, was ihr das Gefühl gab, auf dieser Reise nicht allein zu sein. Auch die Söhne von Heinz und Annika tragen maßgeblich dazu bei, dass die Stimmung in der gesamten Familie positiv bleibt. Obwohl sie noch jung sind, haben die Kinder Verständnis und Reife gezeigt, als sie und ihre Mutter diese schwierige Zeit überstanden haben. Annika glaubt, dass diese Erfahrungen ihren Kindern helfen werden, reifer zu werden und die wahren Werte des Lebens zu schätzen. Neben der Unterstützung durch ihre Familie findet Annika auch Freude und Trost in der Arbeit. Sie glaubt, dass die Aufrechterhaltung einer täglichen Routine eine Möglichkeit ist, den Geist zu beschäftigen und unnötige Sorgen zu vermeiden. Dies gibt ihr auch das Gefühl, dass sie dazu beiträgt, ein normales Leben für ihre Familie aufrechtzuerhalten. Auch wenn der Zustand von Heinz nicht bekannt ist, glaubt Annika immer daran, dass er es schaffen wird. Sie glaubt, dass Heinz mit der engagierten Betreuung durch Ärzte und der Unterstützung ihrer Familie bald genesen und in ein normales Leben zurückkehren wird. Annika vergaß auch nicht, sich bei allen zu bedanken, die ihre Familie in der vergangenen Zeit begleitet und unterstützt haben. Das Leben bringt manchmal unerwartete Herausforderungen mit sich. Aber mit Glauben, Liebe und Belastbarkeit meistern Annika und ihre Familie diese Schritt für Schritt. Sie glaubt, dass ihre Familie mit Solidarität und Liebe immer Licht am Ende des Weges finden wird, egal wie schwierig die aktuelle Situation ist. Annika bekräftigte, dass das Wichtigste sei, dass sie nie den Glauben an die guten Dinge im Leben verlieren. In dieser Zeit lernten Annika und ihre Söhne viele wertvolle Lektionen über Geduld, Dankbarkeit und die Kraft der Liebe. Sie glauben, dass sie, egal wie herausfordernd das Leben auch sein mag, mit Einigkeit und Standhaftigkeit immer Hoffnung und Glück finden werden. Finanziell steht er jedoch vor großen Schwierigkeiten. Zu diesem Zeitpunkt konnte Hönig keine großen Fortschritte in seiner finanziellen Situation erzielen. Er versucht sein Bestes, um sein Leben zu sichern und seine Familie zu ernähren. Auch die Frau von Heinz Hönig, Annika, steht durch diese schwierige finanzielle Situation unter Druck. Annika lebt derzeit mit ihren beiden kleinen Söhnen Giuliano und Gianni in einer kleinen Wohnung von nur 50 Quadratmetern in Berlin. Das Leben auf so kleinem Raum ist nicht einfach, besonders wenn man sich um zwei aktive und heranwachsende Kinder kümmert. Annika gibt jedoch stets ihr Bestes, um ihren Kindern ein stabiles und gemütliches Wohnumfeld zu bieten. Das Schöne daran ist, dass Annika diese Schwierigkeiten nicht alleine bewältigen muss. Unterstützung erhält sie von ihrer engen Freundin Carmen, die sich dafür entschieden hat, mit ihrer Familie zusammenzuleben, um die Last zu teilen. Carmen ist nicht nur eine Freundin, sondern auch wie ein Familienmitglied, immer bereit, Annika bei der Betreuung von Giuliano und Gianni zu helfen. Carmens Anwesenheit in dieser kleinen Wohnung brachte Annika großen Trost und Unterstützung und half ihr, ihre täglichen Herausforderungen zu meistern. Das Leben in einer nur 50 Quadratmeter großen Wohnung in Berlin erfordert Geduld und eine tolle Organisation von Annika und Carmen. Jede kleine Ecke im Haus wird maximiert, um einen möglichst komfortablen Wohnraum für die ganze Familie zu schaffen. Obwohl Giuliano und Gianni noch jung sind, sind sie sich der Schwierigkeiten ihrer Familie klar bewusst und versuchen immer zu kooperieren und ihrer Mutter und Carmen in allen zu helfen. Auch wenn Heinz Hönig in finanziellen Schwierigkeiten steckt, arbeitet er stets hart und sucht nach Möglichkeiten, seine Situation zu verbessern. Er weiß, dass sich gute Chancen ergeben, solange er durchhält und nicht aufgibt. In der Zwischenzeit war die Unterstützung von Annika und Carmen jedoch von unschätzbarem Wert. Sie sind nicht nur eine starke Basis, sondern auch eine große Quelle spiritueller Ermutigung für Heinz. Die kleine 50 Quadratmeter große Wohnung in Berlin ist für die Familie Heinz Hönig nicht nur Wohnsitz, sondern auch zu Hause. Egal wie schwierig das Leben ist, sie bleiben stets optimistisch und glauben an die Zukunft. Annika hat mit ihrer Liebe und Geduld einen warmen und liebevollen Raum für ihre Kinder geschaffen. Mit ihrer Freundlichkeit und unerschütterlichen Unterstützung half Carmen Annika und Heinz, die schwierigsten Zeiten zu überstehen. Benjamin will die Komplexität von Traumata und Familiendynamik beleuchten, um Verständnis und Heilung für die Betroffenen zu fördern. Er taucht auch in Bereiche ein, die über den konventionellen Rahmen von Musikbiografien hinausgehen. Daraus entwickelte sich eine fesselnde Erkundung der komplizierten Dynamik familiärer Beziehungen und des tiefgreifenden Nachhalts von Traumata über Generationen hinweg. Brooklyn Sodano reflektiert über die immense Bedeutung von Mimis Geschichte und erkennt die tiefe Verflechtung mit den Kämpfen ihrer Mutter und ihrer eigenen Reise zur Konfrontation und Versöhnung mit einem persönlichen Trauma. Am Ende wird der Film zu einem außergewöhnlichen Mittel der Heilung, sowohl auf persönlicher Ebene für Mimi als auch im größeren Kontext der Familie Sand.